Hier steht die Figur, mit der ich fünf Jahre lang gespielt habe. Hi! Mit dir habe ich fünf Jahre lang gespielt? Ja, ich hoffe doch. Ja, war cool, oder? Ja, war eine schöne Zeit, ne? Was kann man mit euch so machen? Ach, es ist nett anzusehen, ne? Wir posieren so ein bisschen und passen auch so ein bisschen Security-mäßig, dass alles an der rechten Bahn geht. Okay, dann posiert man ein bisschen. Alles klar. So, lol, wir gucken mal, was die so zu roffeln haben. Hey, sorry, kannst du mal kurz AFK gehen? Ich will ein bisschen rushen. Bitte? Auf der Gamescom sind ja ganz viele Kamerateams. Wir fragen einfach mal, was die anderen so wissen wollen. Hi, servus. Für was dreht ihr? Ich bin nicht von Deutschland. Ah, okay. What are you filming for? Dutch Television. Live. Live! It's live! Hi! Mal sehen, wie kampfbereite Zuschauer sind. Leider keine Interviews vor laufender Kamera oder überhaupt laufende Kamera hier laufen zu lassen. Okay. Okay. Aber die Programme haben Sie nicht. Bitte? Die Programme haben Sie auch nicht da. Hallo! Warum haben Sie denn keine geilen Mädels am Stand? Wir geben keine Interviews. Ach, keine Interviews. Okay, vielen Dank. Gibt es denn hier was zu spielen? Ja, wir sind jetzt hier bei der Bundeswehr. Hier steht ein dicker Panzer rum, aber keine Mädels. Hallo! Warum haben Sie keine geilen Mädels hier am Stand? Tja, wollen Sie uns leider nicht mitgeliefert. Dann holen Sie doch einfach ein paar von drüben. Die wollen nicht. Also so ein Panzer zieht ja nicht an, Mädels schon. Tja. Mal sehen, wie sich die Gamer so ablenken lassen. Und was muss man genau machen? Im Autorenn fahren. Aber du fährst doch Motorrad? Ja, genau. Was kann man hier gewinnen? Weiß ich nicht. T-Shirt? Okay. Aber dann viel Glück fürs T-Shirt, ne? Danke. Hallo, was gibt es denn für Highlight? Okay, und sonst so? Jetzt fällt doch mal ruhig stehen. Okay. Und warum sprichst du nie? Dankeschön. Dankeschön.